In diesem Video möchte ich euch mal zeigen, wie ihr in GT5 Online schnell legal viel Geld verdienen könnt und das Ganze wie gesagt komplett ohne Money Glitch. Ihr könnt hier für weder gebannt werden, noch zurückgesetzt werden. Das Ganze hier ist wirklich komplett legal und das könnt ihr ohne Bedenken nachmachen. Das hier ist aber auch wirklich mit Abstand die beste legale Methode, die es gibt. Also das ist hier keine Billigsache, wo ihr irgendwie 20.000 oder 30.000 bekommt, sondern hier bekommt ihr wirklich jede 5 Minuten 300.000 bis 500.000 GTA-Dollar und das könnt ihr ohne Probleme auch machen, wenn ihr Anfänger seid. Also falls ihr erst neu mit GT5 Online angefangen habt. Bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Video anfangen, habe ich noch eine kurze Information für euch. Denn extra für dieses Video hier verlose ich insgesamt 5x 50 Millionen GTA-Dollar für euren eigenen Account. Also ihr könnt für euren eigenen Account 50 Millionen GTA-Dollar gewinnen. Das ist dann wie eine Shark Card sozusagen, ein Money Boost ist das. Und falls ihr einmal von 5x 50 Millionen GTA-Dollar für euren Account gewinnen wollt, müsst ihr einfach nur einmal diesen Kanal hier abonnieren. Dazu die Glocke aktivieren. Wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr noch einmal diesem Video hier ein Like geben und dazu ein nettes Kommentar in die Kommentare schreiben mit eurem PSN, Xbox One oder PC-Namen. Wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil. Außerdem, falls ihr das Ganze noch nicht wusstet, falls ihr noch viel Geld in GTA Online braucht, dann checkt auf jeden Fall meinen Partner Loot4Games ab. Allererster Link in der Videobeschreibung. Loot4Games verkauft günstige Money Booster. Also ihr könnt da Geld für euren eigenen GTA Online-Charakter günstig kaufen. Das funktioniert für alle Plattformen. Also egal, ob ihr auf PS4, PS5, Xbox oder PC spielt, könnt ihr gerne mal abchecken. Allererster Link in der Videobeschreibung. Da könnt ihr sehen, ihr bekommt da wirklich günstige Preise. Im Hintergrund seht ihr das Ganze. Und zur Zeit ist es so, dass ihr auf jeden Money Boost 20 bis 25% Rabatt bekommt. Mit meinem Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr also über den Link in der Videobeschreibung einkauft, bekommt ihr auch nochmal zusätzlich 5%. Ihr habt da auch viele verschiedene Zahlungsmethoden, wie zum Beispiel PaySafeCard, Amazon Pay, Sofortüberweisung und so weiter. Falls ihr da also noch Geld für euren eigenen GTA Online-Charakter braucht, ihr könnt davon auch nicht gebannt werden oder sonstiges, checkt auf jeden Fall mal den allerersten Link in der Videobeschreibung ab. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an mit dem eigentlichen Video. Und so und so, was ihr zuerst mal macht, ist eigentlich ganz einfach. Und zwar geht ihr erstmal in den GTA Online-Modus rein. Und sobald ihr in GTA Online drin seid, drückt ihr einmal die Options-Taste und stellt einmal euren Spawnpunkt auf letzter Ort und eure Spielersuche einmal auf geschlossen. Sobald ihr das Ganze gemacht habt, könnt ihr dann einmal GTA Online verlassen, sodass ihr einmal in den Story-Modus reinkommt. Und im Story-Modus dann angekommen, müsst ihr jetzt einmal eine geschlossene Freundessitzung oder eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung starten. Das macht ihr jetzt genauso, wie ich das auch mache. Warum wir das machen, ist ganz einfach. Und zwar machen wir das, damit keine anderen Spieler, keine Random-Spieler uns beitreten können und wir dann halt nicht bei unserer Methode gestört werden. Also entweder eine geschlossene Freundessitzung oder Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Und sobald ihr das Ganze gemacht habt, wartet jetzt einmal kurz ab, bis ihr in GTA Online zurück seid. Falls ihr übrigens weitere solche Legal-Geld-Verdienen-Videos sehen wollt, dann lasst gerne mal ein Like da und schreibt mir in die Kommentare Teil 2. Dann werde ich für euch in den nächsten Tagen oder Wochen auf jeden Fall nochmal in Teil 2 eine weitere Methode hochladen. Sobald ihr jetzt in GTA Online angekommen seid, geht jetzt einfach einmal hin und fahrt oder lauft einmal zum Casino in GTA. Für die Leute, die nicht wissen, wo ist das Casino, genau hier befindet sich das Casino. Und hier müsst ihr jetzt einmal hinlaufen. Wie gesagt, für diese Methode könnt ihr weder gebannt noch zurückgesetzt werden. Wir werden nämlich jetzt gleich eine Sache ausnutzen, die mit den Speichereinstellungen von GTA zu tun haben. Dafür könnt ihr aber nicht gebannt werden und auch nicht zurückgesetzt werden. Was ihr jetzt einmal macht, sobald ihr jetzt im Casino angekommen seid, braucht ihr jetzt ein paar Jetons. Wie viele Jetons ist eigentlich egal. Wenn ihr 10.000 bis 15.000 habt, dann reicht das komplett aus. Also ihr braucht hier wirklich nicht viele. Und sobald ihr euch jetzt hier vorne ein paar Jetons gekauft habt, könnt ihr jetzt direkt mit der Methode anfangen. Und zwar, wenn ihr euch jetzt hier wieder, wie gesagt, welche gekauft habt, diese Jetons könnt ihr später dann auch in GTA-Dollar umtauschen. Jetzt geht ihr einfach einmal zu den Tischspielen hin. Genauso wie ich das auch mache. Hier sind die Tischspiele, da lauft ihr jetzt einfach einmal hin. Ich werde die Geschwindigkeit jetzt ein bisschen schneller machen, wo ich da hinlaufe, weil der Weg da immer ein bisschen lange dauert. Und jetzt geht ihr entweder zu den weißen Tischen hin. Zu den weißen Tischen müsst ihr einmal hingehen, wenn ihr keine Premium-Mitgliedschaft habt. Und wenn ihr eine Premium-Mitgliedschaft habt, dann geht ihr einmal zu diesen türkisfarbenen Tischen und setzt euch jetzt einfach einmal zu einem 3-Kart-Poker-Tisch. Und hier werde ich euch jetzt mal zeigen, was ihr machen müsst. Und zwar, als Vorbereitung müsst ihr jetzt gleich einmal die PSN-Taste drücken. Und dann guckt ihr einmal, wo eure Interneteinstellungen sind. Also einmal PSN-Taste, dann einmal auf Options und dann ganz einfach einmal auf Netzwerk und Einstellungen. Und wir werden jetzt gleich, sobald wir verlieren, werden wir diesen Haken rausmachen, sodass die Verbindung getrennt wird. Nur damit ihr mal wisst, wo das Ganze ist, dann könnt ihr theoretisch einfach Doppel-PSN-Taste drücken. Jetzt kommt es darauf an, ob ihr gewinnt oder verliert. Denn immer wenn ihr gewinnt, müsst ihr einfach einmal euer Outfit wechseln. Und wenn ihr verliert, müsst ihr euer Internet einmal rausmachen. Wie genau das funktioniert, werde ich euch jetzt hier aber nochmal genau zeigen. Und zwar kommt es jetzt, wie gesagt, darauf an, ob ihr gewinnt oder verliert. Das seht ihr jetzt gleich oben rechts. Denn sobald ihr jetzt kein Geld oben bekommt, heißt es, dass ihr verliert. Oben links bekommt ihr dann auch eine Meldung, dass ihr halt verloren habt. Und sobald ihr seht, dass ihr verliert, geht ihr direkt hin, geht direkt auf Options und macht direkt den Haken von eurem Internet raus. Direkt rausmachen, dann wartet ihr 3-4 Sekunden, geht einmal zurück ins Spiel. Und sobald ihr jetzt zurück im Spiel seid, müsst ihr jetzt ganz einfach einmal warten. Ihr solltet jetzt eine Fehlermeldung bekommen, die bestätigt ihr einfach einmal ganz kurz. Und jetzt bekommt ihr gleich einen kurzen Blackscreen, 1-2 Sekunden. Und sobald ihr seht, dass ihr diesen Blackscreen hier bekommt, gerade habt ihr es gesehen, geht ihr hin und macht diesen Haken einfach wieder rein. Also Haken wieder rein machen, dann wartet ihr ganz kurz, bis sich das wieder verbunden hat. Also wartet 3-4 Sekunden und dann geht ihr einfach einmal zurück zu GTA. Sobald ihr jetzt in GTA angekommen seid, solltet ihr jetzt im Story-Modus sporen. Da drückt ihr dann ganz einfach einmal wieder die Options-Taste und startet am besten eine Solo-Sitzung. Oder eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung oder halt eine geschlossene Freundessitzung. Weil dann habt ihr auch keinen langen Ladescreen. Und sobald ihr das Ganze gemacht habt, solltet ihr jetzt hier einfach irgendwo in GTA Online sporen. Und da fahrt ihr jetzt einfach wieder zurück zum Casino. Normalerweise solltet ihr direkt vorm Casino sporen. Es kann auch sein, dass ihr ein paar Meter weg sporen. Aber ihr solltet auf jeden Fall in der Nähe vom Casino sporen. Und sobald das Ganze soweit ist, fahrt ihr jetzt einfach direkt wieder zum Casino. Und das Ganze hat jetzt glaube ich insgesamt 2,5 Minuten gedauert. Also ich habe jetzt noch keinen Gewinn gemacht. Das liegt halt daran, dass ich verloren habe. Aber ihr werdet auch gleich noch sehen, wie es aussieht, wenn ihr gewinnt. Und zwar, wenn ihr jetzt nämlich gewinnt, ihr lauft jetzt zuerst einmal wieder ganz normal ins Casino rein. Und lauft jetzt ganz einfach wieder zu diesen 3-Kart-Poker-Tischen hin. Manchmal kann es sein, dass der Tisch besetzt ist. Dann lauft ihr einfach zum anderen. Und jetzt werde ich euch nochmal zeigen, wie das Ganze aussehen wird, wenn ihr nämlich gewinnt. Da geht ihr auch ganz wieder hin. Setzt euren maximalen Einsatz. Also so viel, wie ihr setzen könnt. Und sobald ihr das gemacht habt, wartet jetzt einfach einmal wieder ab, ob ihr gewinnt oder verliert. Wie gesagt, wenn ihr verliert, einfach schnell Internet rausmachen. Theoretisch könnt ihr auch euer Ladenkabel rausziehen. Und wenn ihr jetzt gewinnt, ihr seht, ich habe jetzt 150.000 GTA-Dollar gewonnen. Innerhalb von 2,5, also 2,5 Minuten. Jetzt geht ihr einfach hin und wechselt euer Outfit. Dann bekommt ihr nämlich eine gelbe Ladeschlange. Und somit wird das Spiel einmal gespeichert. Jetzt könnt ihr das einfach nochmal machen. Ihr setzt euch wieder an den Tisch und macht das Ganze einfach nochmal. Und wartet jetzt wieder, ob ihr gewinnt oder verliert. Ihr könnt auch mehr als 150.000 gewinnen. Ihr könnt auch theoretisch auf einen Schlag 500.000 oder 600.000 gewinnen. Das kommt immer darauf an. Ihr seht, ich habe jetzt nochmal gewonnen. Diesmal sogar 160.000. Jetzt habe ich schon 310.000 Dollar Gewinn. Innerhalb von 3 bis 4 Minuten ungefähr. Jetzt wechselt ihr einfach wieder euer Outfit. Und jetzt könnt ihr das immer und immer wieder machen. Immer, wenn ihr gewinnt, müsst ihr ganz einfach einmal euer Outfit wechseln. Und wenn ihr verliert, ganz einfach das Spiel schließen. Ihr seht, ich mache es jetzt einfach nochmal. Mal gucken, ob ich jetzt gewinne oder verliere. Ist aber ja eigentlich ganz einfach. Sollte, denke ich mal, auch jeder von euch jetzt verstanden haben. Ihr wartet einfach ganz kurz ab, bis ihr die Karten bekommen habt. Und ja, in der Zwischenzeit könnt ihr auf jeden Fall, falls ihr Fragen habt, gerne mal in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, abonniert auf jeden Fall den Kanal. Aktiviert die Glocke. Und wenn ihr noch einen weiteren Legal-Geld-Verdient-Teil sehen wollt, dann schreibt auf jeden Fall mal Teil 2 in die Kommentare. Ihr seht, ich habe jetzt nochmal gewonnen. Jetzt habe ich diesmal sogar nochmal gewonnen. 150.000 wieder. Jetzt habe ich insgesamt schon 460.000, glaube ich, gewonnen. Innerhalb von 5 Minuten jetzt. Also kein Clickbait. Ihr bekommt wirklich so viel. Ich würde sagen, das war es schon mit dem Video. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao.